...dichter und bringen dann leider leichten Regen bei 6 bis 13 Grad. Es ist kurz nachher 5. Der Nr2 Verkehrsnervist für den ganzen Norden. Stau der stockender Verkehr aktuell aus der A1 Bremen Richtung Osnabrück. Zwischen Opusen, Rimmensmannburg und Brinkum 6 Kilometer Stau für LKW. A1 dann Bremen Richtung Osnabrück zwischen Wildeshausen Nord und Wildeshausen West. 4 Kilometer Stau nach einem Unfall. Es dauert eine halbe Stunde länger. A1 Osnabrück Richtung Münster zwischen Nassbergen und Flughafen Münster Osnabrück. 2 Kilometer Stau nach einem Unfall. Und die A1 Lübeck Richtung Fehmarn. Die ist zwischen Oldenburg Süd und Oldenburg Nord bis 18 Uhr nach den Bauarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U99 und die U101. A2 Berlin Richtung Hannover. Zwischen Brautschalkrafen und Peine Ost 12 Kilometer Stau. Da wird gebaut und sie brauchen bis zu anderthalb Stunden länger. A2 Hannover Richtung Dortmund. Zwischen Harnhausen und Luchs auf Kuhlnfeld 3 Kilometer Stau. A7 Flatsburg Richtung Hannover. Zwischen dem Elbton und Moorburg 6 Kilometer Stau gegen Reinigungsarbeiten. Aktuell eine Stunde mehr Zeit einplanen. Und die A7 Hamburg Richtung Flatsburg. Zwischen Volksbach und Schnell sind 6 Kilometer Stau. Der Verkehr. Dann die A31 Lüge in Wetten. Die ist zwischen Wiedmarschen und Türen.